Hallo meine Lieben, viel Widerstand, viel Potenzial ist einer der Sätze, den ich ganz oft in meiner Arbeit benutze, weil er einfach genau das zeigt oder sagt, worum es ganz oft geht. Wenn wir uns gegen was sehr sträuben, steckt meistens, so ein bisschen wie im letzten Video Angst vor, heißt Lust auf, steckt da ganz viel Potenzial drin, das heißt die Möglichkeit in meine Größe zu gehen. Und von daher, wenn du immer merkst, es ist Widerstand, da etwas zu tun, dann überprüfe, ist es tatsächlich eine Angst, die Dinge zu tun oder ist es einfach so, ich könnte ja dadurch was verändern. Meiner Meinung nach geht es meistens um unser Potenzial. Von daher, wann immer viel Widerstand, viel Potenzial bei dir auftaucht, genieße es und freue dich, dein Potenzial zu leben. Von daher, wann genau, wenn du bist, dein Potenzialuer bei dir, dein Potenzial ist, dann überprüfenst du diesen Potenzial zu leben, Und du kannst, wie du auch meinen Potenzial ist, dass ich mich so wie 23, induced europäisch machen, Ich werde mich so, wenn du aber auch noch nie dafür hast, Du kannst du dann, wenn du dein Potenzial zu gehen,